Der Defensive stehen sie dadurch natürlich nicht mehr so solide. Neymar. Hier ist Alessandro Del Piero. Neymar, Neymar. Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Er setzt den Körper perfekt ein und obwohl der Gegner an ihm dran ist, kann er das Tor nicht. Er springt hoch und er sitzt. Sie sind wieder mit dabei. Der Ball ist der Kaffee. Der Ball ist der Kaffee. Der Kaffee. Der Kaffee. Der Ball ist der Kaffee. Oh, das kann ins Auge gehen. Das war einfach eine Riesenaktion vom Torwart. Abgefallen, gut gemacht. Stark ab jetzt und der ist drüben. Verpasst sich von Messi. Der Wiederhandpfiff und die schnelle Führung, ganz, ganz wichtig. Auf ihn ist nun mal immer wieder in schwierigen Situationen. Sauber getimeter Pass. Das ist die Ries. Er versucht es. Freunde, was ist denn hier los? Eine durchaus sinnvolle Zusatzoption in dieser Situation fürs Team. Und noch eins. Raus auf die linke Bahn. Jetzt ist was möglich. Und ein Schuss. Da ist die Möglichkeit für Maradona. Er hat ihn auf dem Öffi durch. Cafu. Mit dem guten, langen Schlag. Schon läuft der Gegeneintriff. Und vorbei. Und er trifft. Das sind doch Pässe mit Ansage. So kommst du nie und nimmer durch. Schlag. Scholl hat. Macht das Spiel gut gerade. Nicht ohne Risiko, Patrick Lohr. Er sitzt. Das ist jetzt schon ein Komfort. Scholl. Mit Augenmaß. Er hat ihn einfach stehen lassen. Er ist auf und davon. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? Beckham. Messi. Da ist die Chance. Jetzt aber. War das Rande. Was für ein wunderbares Tor. Tempo geht. Er zieht durch. Er sitzt. Wie ist das für ein Fußballspiel? Wie ist das für ein Fußballspiel? Vieira mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Vieira hat ihn da nicht richtig durchgekommen. Doch das könnte beistet passieren. Tilk. Er geht. Er ist zum habsen. Er war mit dem Fußballspielpel. Es geht. Er ist das für ein Fußballspiel. Einschränkaben. In Dinas. Wie hat es aufslaut? Er war mit ein bisschendecins.